Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Rainbow Six Siege. Ja wir sind immer noch in der neuen Operation, aber die neue Map kommen halt noch nicht. Immer noch in der neuen Operation. Immer noch in der neuen Operation. Ja, aber sind Ying und Lashen nicht hier vorne? Ist das nicht die gleiche? Hongkong und Japan liegt nicht ineinander. Was? Wen ich wähle? Ich wähle einen, der nicht so viel... Vielleicht wähl mal Termite, der ist wichtiger. Normalerweise spielt der nur Termite. Ich hab da auch kein Problem. Alter, wie heißt der Skin von Termite auf Englisch? Vintage. Retro FBI. Auch durch, scheiße. Vintage. Vintage ist aber, ja wohl, eins zu eins. Vintage klingt für mich formell alt. Doch. Vintage klingt, ist aber für mich formell. Die formelle Bezeichnung für... Ja genau, will ich jetzt auch sagen. Und Retro ist halt immer das Hipster-Alt. Was? Das Hipster-Alt. Nein, das ist die Definition für alt. Was heutzutage alles Retro ist, ja, ist doch... Für uns eigentlich... Ich wollt grad sagen, Warcraft 3 ist Retro. Game of Thrones ist auch schon Retro eigentlich, oder? Die erste Staffel zumindest. Warcraft 3 ist auch Vintage. Das meine ich. Vintage, ey. Es werden viele schon als Retro bezieht und so lange nicht Retro ist. Warcraft 3 noch auf der Vinylplatte. Ja, aber Vintage wird oft mit Kleidung oder so Styles, also Bearbeitung, finde ich, in Verbindung gebracht. So Fotos zum Beispiel. Was ist denn jetzt los? Ich hab ne Kamera kaputt gemacht und du läufst durch die goldenen Kois. Ja natürlich. Du willst keine Fische finden. Die Fisch-IE hat nur Call of Duty. Ich wollte grad gucken. Wollte grad sagen, bei Call of Duty rennen die sogar weg vor dir, ne? Die Rolf-IE rennen die weg. Alter, ich hab da auch noch so'n riesen Hinweis. Bei CR ist doch auch, oder? Ja, ja. Kann auch sein, gibt's die auch schon. Künstliche Fischintelligenz. Ja. Künstliche Fischintelligenz. Hier. Ja, richtig. Mach dir da eigentlich. Irgendwas kaputt, naja, gar nichts. Ich hab so'n locker, die man zu schießen am Start ein bisschen. Sau ein bisschen. Ja, mit Low-Settings sieht man das nicht so schnell. Ich glaub, ich weiß nicht, vielleicht ist die Wande auch schon durch. Wannste, hier war doch schon mal aufbauen. Das war schon mal, Alter. Da ist doch bestimmt ne Kamera bei raus, oder? Ja, ich hab auch gekriegt, ist keine da. Wir haben mega viele Löcher drin. Da hinten ist auch da wird einer rausrennen. Oh shit, warum trifft er mich denn? Ich glaub, der Sachse steht komplett davor. Er hat auf dich geschossen, aber mich dann getroffen. Ja, ach man, ey. Da hätt ich mich ducken können. Weißt du, zu greedy. Ich muss mal runter. Ah, nee, kommt man hier nicht. Da kommt noch einer hinten. Hier. Da, wo du den einen auch schon erschossen hast. Das bringt doch nix mehr, Alex. Weiter, hier. Direkt am Raus. Alex, du hast... Ich hab'n C4 gedisabled. Schön, Alex. Ah, nein. Muss mal nachfahren. Gleich wird doch bestimmt einer von rechts rauskommen, oder? Ich hab'n BlackEye destroyed. Okay. Ach, die hat aus dein Fenster geworfen. Einer ist über uns, glaub' ich. Oh, sorry. Ah, Alex. Ich bin blind. Wir könnten nur noch einen da haben. Einer ist bei mir, einer ist nur einer im Raum. Wenn überhaupt. Wenn die Sachse durchgeht, was könnte da schlimmstens liegen? Gar nix, ne? Gar nix, ne? Außer Smokegas. Eigentlich kann nix liegen, ja. Smoke könnte noch zünden. Na, geh mal rein, Sachse. Und lass dich wegsmoken. Doch. Ey Mann, doch kannst du gesmoked werden. Smoke-Nade every day. Kehl mal einen den letzten, wenn Alex keinen Ace bekommt. Sachse hat den Defuser halt. Hinter... Ja. Ja, man weiß ja nicht, wo er ist. Ah, der ist hier. Ganz hinten. Okay. Ganz hinten in den... Er sieht den Sachsen. Du kannst da abblenden, das schaffst du. What? Easy. Oh, lächerlich. Die waren alle angeschossen. Low-Settings. Die waren alle schon angeschossen. Achso, da war schon ein Loch. Ich dachte, du hast... Die Wand ist einfach geballert, ey. Die Low-Settings sind keine Wände mehr da bei den Low-Settings. Ja, die werden ausgeblendet, wenn die angeschossen sind. Ich nehme wieder Leslie. 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 Leslie On heißt der Mann. Leslie On. Leslie, ey. Das ist nicht so ein Hund aus dem Fernsehen? Ja, nein. Aber mit Doppel erst wird ihr das hier geschrieben, oder? Dann können wir mit dem Druck. Habt ihr das geguckt mal eigentlich wirklich damals? Nein. Habt ihr damals Flipper geguckt? Flipper war geil, Mann. Dafür war ich eigentlich... Also du bist genauso alt wie ich. Aber ich habe mich dafür nicht interessiert. Genau. So, du fandst das anscheinend geil, ne? Ja, ehrlich. Flipper ist richtig alt, ne? Also das ist ja schon... Das ist schon retro. Das ist richtig retro, ja. Nicht wünschen. Sagst du dir, ich mach dein Loch durch? Ja, ja. Aber Flipper war doch eigentlich ganz normal ein Loch durch. Ne, Flipper war nicht... Hallo! Ach komm, ey! Soll der Geiz, zack, Drohne zerstört. Mit ner Impact-Dolane. Die hat sich da oben versteckt. Es geht nicht. Wo ist die andere Drohne? Ja, die war hier gerade. In der Küche. Äh, Schockdrohne hab ich. Äh, die ist irgendwo hier, die Drohne. Keine Ahnung. Ich hab noch ne Impact, wenn ihr wisst wo die ist. BOMBE vom Gegner entdeckt. Oh, hier freu ich mich schon wieder drauf. So einzelne Zische mit eingebauten Grill und so. Uh, bald geht's los. Das gibt's doch in Deutschland auch. Ja, in Deutschland ist das aber nicht cool. Das ist nicht Vintage. Da ist das nicht normal. Die haben ein Schild, die haben einen Blitz. Wo denn? Äh, steht draußen noch in der... was denn das Nordecke? Toll. Da ist eigentlich, da steht was. Was denn? Kundan hat gerade das Fenster kaputt gemacht, wo ich gerade mit Lassi meine Nadeln gegenwerfen wollte. Dann ist das Fenster hier in der Küche kaputt gemacht? Ich hab einen verletzt. Warum hast du sowas? No Flake. Hier kommt einer? Am Gong, glaub ich, ne? Bei mir ist einer. Ja, am Gong ist... Ah. Ist mit Drohne drin. Also sprich, Twitch ist davor. Ja, hier kommt das Schild. Da ist Blitz vorne. Ja, Blitz kommt hier. Ich hab die Kriegstrommeln hier. Okay, das reicht. Message wurde gesetzt. Ist eigentlich noch hier irgendwer neben mir? Ne. Alles klar. Ich höre, glaub ich, wieder oben Steps. Oh, hier steht noch einer. Boah, ne. Hä? Ich hatte einen Liedmarker bekommen? Alex, bei dir ist noch was, oder? Vielleicht irgendein Gerät kaputt gemacht, was er reingeworfen hat, Kunran. Vielleicht die Drohne oder so. Ne, also, ich dachte eigentlich, ich wär getroffen worden. Achso. Ja, der ist super low, das Blitz. Oh Gott! Oh! Das ist ne ganz dumme Ecke, ja. Alex, ich geh mal eben größer. Schau mal keinen Kopf. Blitz ist down. Sehr schön. Toll, das ist, wo ich mich grad angeschlichen hab. Ich bleib aber trotzdem mal hier. Oh, ey, Alter! Ist grad irgendwas kaputt? Ja, alles gut, alles gut. Mit Ankündigung. Hier sind grad irgendwelche Papiere rumgeflogen. Ich hab doch keine Outlines da. Achso. Kunran! Kunran! Ja. Ich hab acht Leben! Ich hab in die Türen mal Nadeln gelegt, also wir würden es mitbekommen. Ah, letzter hier. Ja, dann geh ich für mich leider drauf. Fenster. Ja, da hast ein Loch. Also, der kann durch das Loch, durch den Raum gucken. Loil, wie sieht Blackbeard denn aus in Low? Der Platz ist ja richtig schlecht. Zweimal gut reingekommen. Loil, ich hab... Ach, das war Loil, letzter. Ich hab ein Assist. Ach ne, das war der Assist. Ja, meinte sind echt schwer zu erkennen da, du. Also, find ich mit Low. Nee, ich hatte mich jetzt ganz von dem, von dem Call letzter ablenken lassen. Achso, ja. Das Leben noch drei. Wo ist da der letzte? Ist das immer noch Blackbeard? Nee, ne? Nein. Nee, der ist, glaub ich, down. Bin ich zweimal stupid reingerannt. Aber ich hab überall noch Aussie-Nadeln, also... Stimmt, da. Garde. Das wär lustig. Ja, die sollen einfach Granate aus dem Fenster werfen, wie man die treffen. Wer von euch, Boris, hat den Letzter gesagt? Das war die letzte hier, äh, letzte hier von Kunrat. Achso! Schön abgelenkt, hat er. Ja, ich bin einfach durchgedacht, ey. Wir wollten nur, dass das... Ist ja nur noch einer. Kann ja schön. Warte mal, ich soll mal Twitch spielen, wo die mir gesagt hat, weil die einen supergeilen Blick hat am Endscreen, deswegen mach ich das mal. Nein, bitte nicht. Doch, ich will den Endscreen... Nein, die hat diesen Killerblick, ey. Aber die haben momentan alle einen Beschiss... Also, seit dem April gucken die alle im Endscreen. Echt blöd, weil die die alle aufgerissen haben. Ja. Mal gucken, wie sie guckt. Mal gucken, wie sie guckt, ey. Mal gucken, wie sie guckt, ey. Ey, guck mal da. Ey, guck mal hier. Da sieh mal einer gucken. Boah, hab ich schon Ewigkeit nicht mehr gespielt, die Pante. Ist Tante? Die sind oben. Das ist Alex seine Tante, ja. Ja, oben. Oben, beim Gong? Alex spielt mit seiner Tante. Ja, da hätt ich davon halten sollen. Oh, hier gibt's schon die ersten Peak-Holes, haben sie direkt geschossen. Interessant, also der musste ja komplett sicher gewesen sein, dass er genau das haben will. Ja. Alter, das ist ein geiler Spot. Oh shit. Ich kann noch nicht seh'n. Ach nee, da hat noch keiner identifiziert. Fünf Sekunden bis zum Einsatz. Und einer runter? Jaaa. 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 Wie war das jetzt mit der Twitch-Drohne? Wie konnte ich nochmal da rein? Fünf, ne? Hey! Du steuerst wie deine normalen Drohne. Oh, der hat direkt meine Drohne zerstört. So'n Lack, ey. Schlechte Twitch-Drohne. Schlechtes Glück. Richtig schlecht. Null Damage. Naja, einmal hab ich getroffen. 10 Damage. 10 Damage. 10 Damage. 10 Damage. Sehen wir dann, ob der Assist... Oh! Ja, da ist ein Loch. Vorsicht. Ist das das Loch, was er da unbedingt haben wollte? Ne, ist ein anderes Loch. Ich hab grad, da ist einer von euch schon lang gelaufen. Ja, ich dachte auch grad, die standen davor. Deswegen war ich auch ein bisschen überrascht gerade. Schlecht, Alex. Jetzt siehst du Twitch nicht im Endscreen. Du musst ja gewinnen hier. Ich fordere das jetzt ein gegen den Sieg in der letzten Runde. Also in der Runde. Ich muss hier durchkriechen. Entschuldigt bitte. Kann man da durchgehen? Jaa. Geht einfach zum Objektiv. Der kann da eh nix mal da unten gehen. Außer euch jetzt abfarmen. Ja, hinten stehen. Ja, ich wollt grad sagen. Außer da nicht durchkommen, aber ja. Wie komm ich denn jetzt da, Holt? Das klingt mir so schwer. Da nicht. Hier kann ich nicht. What? 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 Easy. Nice. Ah! Ah! Wer war das? Ah! Bläh! War ja nicht so. Los geht schon mal wirklich zum dünnen Objektiv. Scheiß auf die zwei Typen, die da sind. Guten Tag. Hm. Nimm mal mit, bitte. Okay. Wohin? Ich hab' den Scherfhausen gehört gesichert. Ja. Und hier haben die natürlich jetzt. Ne komm doch. Die ist hier oben. Ja. Bei dir ist das Grunde an. Machen wir da auf. Da rechts. Grunde, komm hier hoch. Das hier? Ne. Weiter rechts. Rechts. Ne. Hä, wo bist du denn da? Sag's denn da. Hinter der Tür ist nix. Sag's denn. Ja, ich weiß. Du musst noch hier. Zumindest so, was ich halt grad seh, ne? Huiiii. So, und jetzt rechts. Und dann links. Ich weiß nicht, ob du jetzt einen Namen gelockt hast. Ich glaub, kommen wir hier rein, oder? Genau, da wo Max hier ist. Ja, ja, ja. Aber eben hier. Doch, hier sag's denn. Achtung. Hier, hab' ihn markiert für dich. Nein, pass auf. Zünden, 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 zünden. Er guckt immer noch zu dir. Ja, pass. Spendet war dahinter. Na, wo ist er hin? Wahrscheinlich hier, jetzt. Kunde, ob du da durch? Da wo du hinguckst grad? In die Ecke? Ja, da. Weiter tiefer, ja. Okay, ist dann drin drin. Dann wär aus für sie mal ne Waffe umgestellt. Äh, hab'n angeschossen. Immer noch irgendwo weiter hinten. Oh shit. Fuck. Natt, da sagst du genau weg zu. Ja, weil ich dich so wie eigentlich gehört hab. Ja. Wir eigentlich hoffen, dass du dich pusht oder so. Und die Wand da. Ja, kann man. Wie sieht's aus? Mittelmäßig gut. Da liegt's doch. Maxi. Oh shit, ja. Kunde, da wo du hinguckst. Puls. Ja, da. Ein bisschen höher. Kann nachladen. Ich hab was getroffen, ja. Ja. War'n Puls mindestens, ja. Der wird wahrscheinlich hinter der Couch verliegen. Der wird wahrscheinlich hinter der Couch verliegen. 30 Sekunden. Ja, genau dahinter. Da war'n immer noch. Oder nicht. Sehr schön. Boah, okay. Einer noch am Ende des Gangs. Geradeaus durch. Einer rechts hinterm Schild. Da ist keiner drin. Genau. Rechts hinterm Schild. Rechts hinterm Schild. Man sieht es. Nein. Man sieht sie nicht. Ich hab' ihn nicht mal getroffen. Man sieht sie nicht? Das ist, weil wir alle auf eine Grafik spielen. Nee, das sieht man nicht. Ja, wieso denn nicht? Weil er jetzt nicht mehr Twitch ist. 100. Ach so. Ja, außer wir verlieren noch eine Runde und müssen dann wieder anlaufen. Matchball. Ah, Lessie. Lessie ist einfach der Beste. Wen hatten wir noch nicht gesehen? Äh. Keine Ahnung. Tachanka hat bestimmt auch einen richtig geilen Blick. Das beste Rainbow Six Siege Wallpaper, also Cinematic Wallpaper, was es gibt, ist mit der, mit den Späßen. Das ist ein echt cooles Bild mit Tachanka, Kapkan und, oh Gott, wer gehört denn da noch zu? Das sind so die einste. Wer gehört? Ja genau, die drei sind da nur drauf. Ähm, das ist ein echt geiles Bild. Oh. Entschuldigung. Keine Westen für euch. Oh, was sieht man da so? Wow, sagst du. Wie es halt aufgebaut ist, also wie die drei da in Pose stehen und so, so. Ein bisschen als wenn sie in Combat wären. Ist einfach ein cooles Bild, weil die optisch so geil zusammenpassen. Du hast halt Tachanka, der eine komplette Rüstung hat. Ach, da liegt eine Mine, deswegen. Wow, ich konnte meine Matte nicht legen. Ich war total verwehrt gerade. Der ist ja nicht an der Mine. Bleiben 5 Sekunden. Bleiben 5 Sekunden. Bleiben 5 Sekunden. Bleiben 5 Sekunden. Die Gegners. Die Gegners. Wo sind die Gegners? Wo sind die Gegners? Ich konnte meine durchschießen, ich weiß es gar nicht. Ich hab so keine Ahnung mehr. Ich bin es unglaublich. Noch nie gehabt. Nee. Hier haben sie den Rabot gemacht direkt, ja. Ach come on. Das ist hier Blackbeard. Oh Blackbeard. Am Fenster? Ja genau. Oh. Die Gegner haben eine Bombe gefunden. Verteidigt. Du hast es da, du, ne? Wie bitte? Ja, ich weiß aber nicht, was rechts von dir zum Beispiel ist. Der könnte uns fertig machen, also da. Alles gut. Das liegt zweimal Stacheldraht. Ich werde sowas von wo und da erschossen. Oh fuck. Von wo? Da, da ist weg da, hallo. Von dem La... Da ist man kann nämlich von der Seine kennen. Gerade nach links weggerannt. Hinten bei dir da nur? Ja. Komm schon! Den hätte ich haben können. Er ist unten unter der Treppe. Der ist super low, glaube ich. Und zu dem Raum, was eigenen Hubs verbleibt. Und war ja drin. Ist er nicht. Flex, pass auf, an der Treppe, hinter hier. Das ist aber nicht der, den ich meinte. Das war der Diffuser. Da ist da Diffuser, da ist noch einer unten. Unter dir. Ah, schade. Der war vor mir... Ja, der war schon im Raum drin. Wow. Ja, ja, das wurde auch schon gesagt. Ist bei A drin. Aber der Alu hat mir widersprochen. Hä? Hab gesagt, ist im Raum... Ja, dann hab ich gesagt, dann hab ich gesagt, nein Alex, das ist nicht der, den ich meine. Also... Alex hat auf... Was der Kontexte. Hä? Aber deine Info wurde dann dadurch nicht denied, weil Alex hat auf einen geschossen und meine Info war, nein, das ist nicht der, den ich meinte. Er hat doch dann... Hat niemals das, die sind bei A drin, die nein. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Alex hat das noch nicht gehört. Einmal mitberufen. Die haben sich noch nie irgendwas mit... Gegen... Thatcher... Lieber mitnehmen sich das halber, ne? Hat immer das Ding. Thatcher. Ah. Das ist halt immer, sie haben bis jetzt noch nichts aufgebaut. Oh, nö, wieso geht denn der Paprika ab jetzt? Weil die Paprika da ist. Weil er weiß, wenn die die Runde gewinnen, bringt Dallos nicht. Ist nicht so schlimm, der Sahnefürst ist noch da. Ist ja wieder oben, glaub ich. Ich glaub, letztens kam wieder ne Loose-Folge, bin mir gar nicht sicher. Ich hab nie Loose-Folgen. Doch, ich glaub, wenn die Folge spannend ist, gibt's auch Loose-Folgen. Ja. Aber eins von hundert Mal verlieren, kann man auch so hochladen. Passiert ja nicht so oft. Außer McFly spielt öfter mit. Als ich die letzte Loose-Folge hatte, hat irgendeiner in den Kommentaren geschrieben, das ist ganz schön peinlich, ein Casual zu verlieren. Ja, das Geile ist, ne? Das zählt ja für alle Leute auf diesem Planeten. Bedeutet, es dürfte niemals jemand verlieren. So ein Casual muss jeder gewinnen. Also Sahnefürst, wenn ihr jetzt verliert, ist das auch sehr peinlich, dass sie dem Casual verloren haben. Der arme Sahnefürst. Ja, aber vielleicht gewinnen die ja, das ist ja für uns peinlich. Ich geh diesmal nicht viel lang. Weil der ja den Kommentar geschrieben hat, der hat ne Hunderter-Ratio bei Siegen im Casual. Der hat, glaub ich, noch nie verloren. Der kann ja nicht so schwer, sonst peinlich gewesen wären. Das wär mega peinlich. Der hat unter sieben Runden gespielt. Voll Grundrand umgetreten, ey. Dann sehen wir jetzt nicht. Sollen die den Fuser bei dir mit? Ne, das ist die, das krieg ich den Rucksack. Hast du ne normale Breach dafür? Ne. Ich hätte eine normale Breach dafür. Oh, ich fack, wer das denn auch gemacht. Möcht'n die da rein? Ja. Scheiße. Da ist sogar einer. Ja, ich wollte durch den Schacht da werfen. Smoke ist da. Vorsicht, hier Treppe, da Kamera. Smoke made every day. Buskamera? An der Treppe. Haben wir uns gesehen? Schade. Was hast du da hin drin? Richtung Bombe. Was ist deine Schritte? Das ist mir doch scheiße. Warte gespottet. Haben die eigentlich irgendwie kaputt? Ne, haben sie nicht. Die haben nix anfallen. Ich weiß nicht, wo die ist. Also keine Töddechen. Jetzt, wo ist die denn hier? Was, die Kamera? Ja, ja. Nicht erschrecken. Hallo. 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 Ich smoken da den Raum voll. Ja, ja. Treppe. Smoke ist an der Treppe. Everyday. Ich sag mal, ich sag mal Hallo Alex. Jo. Hallo. Jo. Ist da irgendwas? Oder hast du alles offen gemacht? Ja, ja. Hier ist alles offen. Da sind auch welche. Okay. Keine Ahnung, wo Smoke pinge. Einer ist hinter mir. Hier in dem Raum. Wo ich jetzt pinge. Safe call. Kann entweder hier noch an der Treppe sein. Oder seid weggerannt. Danke. Also einer so gesehen hier oben. Schon. Einer hinter euch. Einer ist in dem kleinen Raum hier. Da ist er. Hat genau das Schild getragen. Ist recht. Pass auf rechts von dir. Genau. Ich könnte hier aufsprengen. Ich spotte einen für euch. Immer noch dort. Geht jetzt nach rechts weg. Ja. Hab ich einmal getroffen. Entschärfer ist jetzt gesichert. Immer noch dort. Ist nach links weg. Den geblieben. Dann müssen wir was machen. Ne. Wir sind von hinten ran. Du musst auch was machen. Ja. Ich mach hier. Druck auf der anderen Seite. Ja. Druck bringt uns gleich in die Meer. Da ist noch eine. Die. 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 Alter. Bei A direkt. Ist jetzt ne Kamera dran. Geht er aus der Kamera wieder rein. Ist down. Hinter uns. Hinter uns. Hinter uns. Kommt. Hinter uns. Kommt. Hinter uns. Ich weiß hier in dem Raum nichts weiter. Aber es sind Schritte. Äh. Da. Jetzt kommt. Durch die Tür. Ist drin. Noch einer. Noch einer. Noch einer. Noch einer. Das letzte war der hinter uns. Wir müssen legen. Weg. Mach ich. Es bleiben noch 5 Sekunden. Entschärfer ist online und aktiviert. Oh. Oh shit. Der jetzt kommt von der Treppe da unten. Ja. War ja angesagt. Aber verstecken. Höh. Den liegt. Okay. Der ist rechts links um die Ecke. Du hast ihn gleich oder? Der hat da hoch geguckt. Einfach jetzt rein laufen lassen. Da kommt er nie rein. Na schön. Oh. Jetzt gehen wir twitchen. Wir äsch. Wir haben gar nicht so schlecht gespielt zum Schluss finde ich. Ja. Ich war dabei. Das war eigentlich ein spannendes Match. Egal wie es ausgegangen wäre. Ja. Alter. Das Ding steht aber auch mit Waffe ready. So nen Schütter lassen nicht vergessen. Das war's. Bis dem nächsten Mal. Tschüss. Tschau. Tschüss. Rabthat. Jobe Jobe Jahrhuehl. Untertitelung des ZDF, 2020